Uwe Hacker war ein deutscher Schauspieler. Leben Uwe Hacker trat an vielen norddeutschen Kleinkunstbühnen auf und übernahm zeitweise kleinere Nebenrollen in Fernsehserien und Spielfilmen. Durch seine hühnenhafte Gestalt wurde er vielfach für die Rollen außergewöhnlicher Personen besetzt. Deutschlandweite Bekanntheit erlangte Hacker durch seine Auftritte in Filmen wie Die Idee der Experte, Otto der Außerfriesische sowie durch seine Nebenrolle als brutaler Street-Share im Kino-Action-Film Der Joker. Zu Beginn der 1990er Jahre war Hacker des Öfteren in der Krimiserie Großstadt-Revier zu sehen. Nachdem er sich aufgrund von gesundheitlichen Problemen aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hatte, war er bis zu seinem Tod 1995 ständiges Ensemble-Mitglied der Karl May-Festspiele im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg. Uwe Hacker verstarb im November 1995 nach langem Krebsleiden. Filmografie 1975 Im Auftrag von Madame, der Stein des Anstoßes 1978 Die schöne Marianne, die Leute aus dem Wald 1979 Tim Thaler 1980 Der Floh im Ohr 1981 François Villon 1981 I.O.B. Spezialauftrag Bestimmungshafen Rio 1981 Desperado City 1982 St. Pauli Landungsbrücken Zwei ziehen zusammen 1982 Unheimliche Geschichten Besuch aus dem Jenseits 1984 Tatoot Rechnung ohne Wirt 1985 Er bin sein Dagegen sehr 1985 Grand mit drei Damen 1985 Sultano Welle 1985 Ein Fall für TKKG Der Schlangenmensch 1986 Finkenwerder Geschichten 1986 Blitz 1986 Mademoiselle Fifi 1986 Wopperpunsch 777 1987 Der Landarzt Große Kinder Große Sorgen 1987 Der Jukka 1987 Der Landarzt Nachwuchs 1988 Der Knick Die Geschichte Einer Wunderheilung 1988 Didi Der Experte 1988 Die Männer vom K3 Familienfede 1989 Der Landarzt Der Spieler 1989 Die Didi Show Der Kurzsichtige 1989 Otto Der Außerfriesische 1989 Der Landarzt Aus alten Zeiten 1989 Das Erbe der Guldenburgs Die heimliche Hochzeit 1989 Großstadtrevier Eine böse Überraschung 1990 Die zukünftigen Glückseligkeiten 1990 Das Erbe der Guldenburgs Das Falsche Testament 1991 Das Gemordete Pferd 1991 Großstadtrevier Altes Eisen 1992 Die Männer vom K3 Ein ganz alltäglicher Fall 1992 Großstadtrevier Der Flusspirat 1993 Die Männer vom K3 Tanz auf dem Seil 1993 Großstadtrevier Der Besuch 1994 1994 Im Mennhof Eine verhängnisvolle Bürgschaft 1994 Die Männer vom K3 Ende eines Schürzenjägers 1997 Großstadtrevier Der Praktikant Untertitelung im Auftrag des ZDF